hello my friends and welcome to another video from me today I'm showing you the third part from Cyberpunk 2077 I hope you can enjoy the next hours with my video and I hope it's all okay with you nein Spaß auf Seide mein ritter der Teil zu Cyberpunk 2077 auf der PS5 ich wünsche euch viel Spaß nein auch nicht viel Spaß so Spaß auf Seide gleich geht's los ich muss nur kurz mal ein paar videos hier bearbeiten auf nicht bearbeiten das hört sich so lang an hey Servus es geht servus servus ich muss kurz mal was ganz kurz hier löschen videoproduzent drei minuten 40 was geht er ist sehr gern sehr gern was läuft sehr gern was geht Kevin danke für dein Abo nichts bei dir warte auch bei mir ist auch nichts los bei mir ist auch nichts los bei mir ist auch nichts los so ich werde jetzt anfangen haben wir die servus ohne Moos nichts los das stimmt vor allem ja das stimmt servus servus ist mal ein Schluck Tee na muss auch sein saftiger ja ist okay ist grün Tee aber ich merke gleich hier wird schon richtig warm ist japanisch grün Tee na sowas gönne ich mir ne und und so was was trinkt ihr trinkt ihr Kaffee Tee was trinkt ihr marokkanischer Tee ne das ist wirklich japanischer Tee na der ist zu 100% Bio und für so ein kleines Päckchen oder so zahlst 20 Euro aber das ist richtig geil richtig geil oh Fanta kalt ja oh Fanta ist geil oder Fanta Sprite Cola obwohl ich trinke eher lieber Sprite oder Fanta aber Fanta hat richtig geile Sorten halt ne das finde ich geil an Fanta da gibt es was hatte ich letztes Mal Mango hatte ich das war richtig geil du hast ja ok also bist du trockener Alkoholiker bist trockener Alkoholiker Bacari mit Sprite ich weiß gar nicht wie das schmeckt ich hab das schon getrunken aber das ist schon so lange her ich hab keine Ahnung Bacari mit Sprite Bacari mit Sprite boah wann hab ich das letzte Mal getrunken Bacari mit Sprite Bacari mit Sprite Bacari boah keine Ahnung ich weiß nicht hab sofort aufgehört haha haha ok ok gute Einstellung auf jeden Fall na also bei mir war das so ich hab mal gekotzt danach hab ich gesagt ich trinke nie wieder weil es so räudig war und ich glaub irgendwann mal später hab ich dann wieder getrunken wenn ich das jetzt denke ich hab mal Alkoholprobleme ich war halt jung na bin ich jetzt immer noch ich war jung und dynamisch da macht man seine Erfahrungen Bacari mit Himbeeren oh krass ja jetzt brauch ich dich auch nicht mehr bot na der Stream läuft seit 5 Minuten und jetzt kommst du hier und machst eine Ansage hey ohja der geht in die USA was macht der? studieren? ich hab mir heute mal Videos angeguckt wie es in Amerika abgeht ich sag euch ehrlich da drüben will ich nicht leben in so einem Ghetto oder so na ja eigentlich müssen wir dem den Bot na müssten wir eigentlich mal einen Timeout geben oder? kann ich das? kann ich nicht ich kann keinen? warum kann ich das nicht? wer ist in einer Gang drin? in welcher Gang? in der Blood oder? Blood oder Crips? ganz 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 klasse er ehrt mich dass einer vom arasaka clan hier ist sie haben den geilen tanz echt war es nicht die blatt mit dem geilen tanz oh ein moment ich kann hier was abholen ein moment einloggen was falsch ach so wollte mich schon wieder aufregen ich bin selber pleite ohne scheiß bin pleite mehr oder weniger ich muss sagen der hauskauf hat mir ziemlich zugesetzt finanziell oh krass ich kann dir was leihen aber mit einem zinssatz von 104 prozent dann kommen wir ins geschäft ich hätte es nicht tun sollen alle sagen immer dass die mikrowelle nährstoffe entzieht ich denke mal ist ein fehlendes angebot oder oh shit 104 prozent mach mal klar okay das finde ich gut das stimmt da hast du recht und es kommen noch mal zinsen drauf so eine art handgeld für mich weil ich dir die kredit gegeben habe nein spaß plus versand ja genau stimmt danke sehr großzügig muss ich sagen auch modische cowboy stiefel wie der jetzt aussieht na egal ob ich gleich bei der abbauen kann nein ich bin selber genervt von meiner arbeit aber es kann gut passieren dass ich ausfallen werde weil ich habe probleme mit meinen fingern ich habe schon schmerzen seit ein paar wochen und besonders hier also also ich will euch kein mittelfinger zeigen na aber ich habe hier ich weiß nicht was los ist immer wenn ich fest zu pack na ich schwöre ich habe solche schmerzen auch hier genau dasselbe so schnell bin ich nicht so okay das geht gerade noch so okay so krass wie ihr bin ich nicht ich halte mich zurück kaum habe ich angefangen werde ich wieder beleidigt na aber ich fühle mich heute zu gut na ich habe heute ausgeschlafen ich habe mir jetzt gedacht was kommt hier servus alex halte ich bedeckte mache ich auch kann losgehen mark 33 das stimmt ey aber die 33 steht für meine genital länge ne ich würde sagen für meinen bizeps umfang aber da der bei 40 ist steht die 33 natürlich für was anderes ne ja ich bin 1933 geboren das stimmt jetzt wisst ihr es eigentlich wollte ich so nicht sagen fuck muss ein scaf sein sonst zieht sich niemand so an ja ich weiß aber ich muss sagen panem gefällt mir besser ich bin ich bin die dann auf jeden fall macht es ehrlich viel spaß vor kurzem bestellt so oder panemisch so scharf ne reicht ja mit ihr ich bin nicht so der freund davon mit einer frau ein spiel anzufangen wenn ich es mir aussuchen kann nehme ich natürlich einen Mann ich bin halt auch ein Mann ich habe heute gehört dass ich ein sehr maskuliner Mann bin ähm als ich heute was abgeholt habe ne weißt du fehlt nicht mehr viel wirklich fehlt auch noch ein bisschen was oder ne ah fuck ich muss hier einen Tag alt umstellen ne aber die Pizza sah frisch aus also also kaufen sie regelmäßig bei Backe Slice was man nicht wegen des tollen Geschmacks und der frischen Zutaten macht niemand schleppt eine Pizza die nach Stürz vorstatt morgen Abend habe ich ein kleines Problem ich bin morgen im Haus morgen Abend und ich komme ich hoffe mal um 20 Uhr live ne bist du dir sicher weil morgen ähm muss ich ein paar Sachen machen ganz wichtig morgen und und Freitagabend auch wahrscheinlich ne ne Freitagabend bin ich da ich hau ja schon vormittags ab ist schon echt viel Action in so ein Haus ne hätte ich nicht gedacht ohne Scheiß Gott ist das heiß Temperaturwerte sind abnormal such weiter ich kann schließen so ein altes Electric Corp-Kraftwerk in Charter Hill das muss erst mal reichen mehr kriegen wir hier nicht mehr raus oh geil hello my friends los wir müssen dahin ja fahren wir zusammen hm 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 ich sag euch ja das ist schon ok auf geht's so viel Arbeit ne wir machen ja alles neu hm ja und und ich bin aber froh weil ich fahr heute mal beim Haus wieder und das ist auch im Land und ich finde es einfach richtig geil weil ich steig aus dem Auto aus ich hab meine Tür offen gelassen ich hab einfach alles offen gelassen ich bin schnell zum Haus hab was geholt es ist alles ruhig es fahren keine Autos rum es ist halt einfach geil ne es ist halt einfach ruhig wie meinst du das wir reden von einem Mädchen das nicht nur ein Vollprofil es ist halt schön auf den Fall wenn man sogar ein Puppenimplantat hat ich mein sowas findet man nicht an jeder Straßenecke genau in Folge dessen forderte dies auf einige Opfer in Form von Umweltschäden doch die Einwander des Südpols leben ihr Leben unbeirrt weiter zumal vor kurzem das erste Puppenhaus der Antarktis geöffnet wurde ich kann mir nicht vorstellen dass ich bald fertig bin mit dem Spiel oder das geht doch noch ein bisschen da wären wir das müsste ich auf Maximum Level ne kann das sein wegen der Item Herstellung oder muss ich das machen man das mich nervt es halt schon ein bisschen muss ich sagen ne wenn ich ehrlich bin ich muss sagen das ist ein bisschen schade weil ich würde meinen Fähigkeitsbaum gerne anders bauen aber das ist nicht so möglich ne ich würde gerne die beiden Sachen machen und nicht das aber ist ja egal deswegen ich hebe mir die Punkte auf und mache das irgendwann mal zum Schluss würde ich sagen obwohl ach ich muss nochmal kurz gucken Konstitution was habe ich hier ach genau das ist mein Problem Straßenschlägerei mit stumpfen Waffen hier habe ich halt die Schroflinde dabei ne für die Anlagen vielleicht finde ich ja was ich komme nach sobald ich was habe bis dahin bleiben wir per holo in Kontakt okay dann mal los oh das kenne ich noch oder ja genau die Mission kenne ich noch ein Moment steht hier irgendwie wie viel Prozent ich hm 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 haben wir das an die Schraube geladen gewaltsam öffnen öffnen ich würde sehen wer das jemand ein Tor gewaltsam öffnet außer hier in Cyberpunk natürlich Nein. Mach nichts so. Was war das? E9 1 10. E9 1 10. Das kann ich so kann ich ja nicht anfangen, ne? Ah, ich hab schon ja keine Muni! Das Dashspiel nicht verboten ist, ne? Kann mir das mal einer erklären, warum das so ist? Ich kann mir das nicht vorstellen. Oh fuck, fuck, fuck! Oh! Ich kann doch gar nicht wissen, dass ich von da komme. Jetzt macht euch nicht lächerlich. Boah, ist halt geil, ne? Was, was, was ist so... Was ich richtig krass fand. Und da wurden wirklich, da wurden ja Menschen getötet. Das ist ja immer auch so eine Sache, was du in dem Augenblick tötest im Spiel, ne? Ist das irgendein, ein, was weiß ich, ein fiktives Geschöpf wie ein Monster oder so? Oder ist das ein Mensch, ein Mensch in dem Spiel? Und bei The Last of Us 2, das fand ich so krass. Du konntest ja wirklich... Ich hab, ich hab gerne mit der Schrumpflinde gespielt. Du bist einfach hingegangen zum Gegner und konntest ihm den Kopf runterschießen, ne? Jetzt mal, wenn wir jetzt mal bei dem Thema sind. Wisst ihr, was ich mein? Das fand ich heftig einfach. Das weiß ich noch ganz genau. Das weiß... Das fand ich heftig einfach. Ja, Daigenleid ist aber auch schlecht brutal, ne? Es ist halt richtig brutal. Ja, hier hätte ich... Mann, ich Idiot, ey. Kann ich das... Ich bin echt klar. Am Anfang." Zornrutscher! Du hast hier einen Weg runtergefunden. Du siehst meine Position? Outlast? Ist das so brutal? Ich habe es noch nie gespielt. Ich habe keine Ahnung. Index war selbst schon. Der Bonus ist aber nicht korrekt. Ähm, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte, warte, warte. Index A heißt, was ist öffentlich verboten? Dann drücken wir es anders aus. Der Verkauf ist in Deutschland verboten, oder? Weil solche Games dürfen ja nicht verkauft werden. Gespielt werden dürfen sie ja trotzdem, ne? Oder sehe ich es falsch jetzt? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Wenige Kfz-Meister. Okay, jetzt wird es krass schon. Also ich habe Dying Light auf CD. Ich sammle es auf Blu-Ray. Ich sammle ja die Games. Und ähm, bei Xbox ist es halt richtig geil. Weil bei Xbox kannst du auf Optionen, auf Einstellungen, dann kannst du die Region von deiner Konsole ändern. Stellst auf Österreich ein, startest die Konsole neu. Und ähm, dann hast du den österreichischen Store und kannst hier alles legal kaufen, ne? Ohne Probleme. Das habe ich seit Jahren so gemacht. Und das funktioniert. Das muss ich sagen, das ist bei Xbox geil. Playstation wehrt sich halt gegen solche Sachen, ne? Ich weiß es nicht, warum das so ist, aber die werden sich halt ergeben. Da. Zum Beispiel, ähm, was war das nochmal? Dead Rising damals. Der dritte Teil. Das weiß ich noch ganz genau. Ähm. Da haben mir damals die DLCs gefehlt. Ich habe die Konsole einfach umgestellt und habe mir dann die Sachen aus dem Store gekauft. Bei Playstation musst du doch extra einen Account machen, ne? Aber, ist ja nicht schlimm, oder? Wo habe ich mein Dying Light her? Ich habe mein Dying Light, als ich noch Facebook hatte, habe ich mir das auf Facebook gekauft. Jetzt fällt es mir wieder ein. Na? Ich habe mir das damals auf Facebook gekauft. Und ähm, als ich ihm dann erzählt habe, ich brauche das für YouTube, weil ich da ein paar Videos mache, hat er meinen Kanal direkt abonniert, ne? Aber ich habe trotzdem 30 Euro gebraucht bezahlt. Also trotzdem nicht wenig grad, ne? Aber... Fuck ey. Du? Du? scheint ein wartungsraum zu sein bei der eigenheit 2 ist ja hier raus gekommen in deutschland eine geschnittene version aber nur digital soviel ich weiß da merkst du halt schon die wollen einsparen und nicht zwei physische version rausbringen sondern nur eine und zwar für den ganzen markt weil für deutschland hätten sie extra noch mal eine geschnittene physische version auf markt bringen müssen haben ihre implantate rausgerissen und wo sie schon dabei waren auch gleich noch ein paar organe wie äußerst effizient scabs egal wie viele man zerquetscht es kriechen immer irgendwo noch mehr von ihnen rum hattest wohl schon das vergnügen mit welchen leider ja bei playstation brauchst du halt den ösi account ne weil ohne geht es nicht aber ich habe damit nicht so viel erfahrung weil ich habe es noch nicht gebraucht zum glück wer geht es nicht weiter kommen wir hier rein kommen wir rein pc-version ist allgemein ankert von dying light 2 ja was soll ich sagen ich verstehe es nicht das ist kindergarten hier die spiele zu schneiden oder zu verbieten dass sie sich nicht kaufen darf das ist für kindergarten weil die kommen her und sagen hey du kannst du darfst du darfst wir erlauben wir das nicht so dass meine eltern werden das spiel nicht zu kaufen wir haben wie ist es dann bei pc aber im deutschen stil so kriegst du das ist ja auch nicht oder hast du was gefunden habe den aufzug gesäubert damit wir leichter rauskommen die ist eher auf die harte tour warten sekunde auf mich echt jetzt krass okay deshalb nicht gewusst crazy ok ich bin da suchen wir sie halt durch gerade aufnehmen schadet das ihren gehirn dass mich erst ihren link trennen ich sehe sie und das kabel es gibt keine pc ok bei den konsolen version gibt es ja nur bei allen zwei ok dann mal los ich hätte einfach gar keine rausgebracht macht dich bereit jetzt für den deutschen markt bei den 1 haben sie es ja auch nicht gemacht gott sei dank echt in australien hörst du mich so streng oder was bringen wir sie in sicherheit und zwar schnell ich habe die türen versiegelt und die aufzüge mit strom versorgt dann zu den aufzügen ich hätte gedacht nur in deutschland ist es so schlimm ich muss noch mal kurz kurz noch was für playstation schreiben ja weil ich konnte ihm nicht ist der online sox racing level 4 wann wird es herr dass der dlc rauskommen dieses jahr seit wann brauchst du ich mach irgendwas schmeckt scheiße und mir wird schwindelig davon aber wenn ich mal was angefangen habe höre ich nicht auf von einem sucht die zum anderen verstehe ich gut wir werden alle knochen schild zu sehen gehen wir rein echt china ist auch so schlimm zensieren sowieso alles so konzert jetzt der wurzeln schlagen ab diesen horrortrip nicht auf mich genommen um vor der tür zu stehen sie schläft so judy so judy judy baby glaub ich zumindest ihre augen sind geschlossen und sie hat aufgehört zu zittern wenn sie mir nicht so leid hätte ich sie schon längst getötet so auf sie warum du meinst dich soll ihren verhaltens chip durchsuchen hatte ich echt schon die schnauze voll von deinem scheiß judy mir blieb keine ich weiß schon gut dann verstehe ich nicht warum morgen kommt der patch für cyberpunk oder ich zeig dir die virtu die ich gefunden hab ok lass mal sehen warte ich muss die parameter einstellen schätze jetzt finden wir raus ob unsere puppe echt durchgeknallt ist kaum schon wie ich gebe gern als erster zu dass das nicht gut aussieht wie nett du sein kannst ach so das ist das ist wahrscheinlich der patch der patch wird wahrscheinlich mit dem ding kommen mit dem mit dem dlc oder das laufen die dateien waren stark beschädigt kaum zu editieren wenn er etwas größer ist der patch das laden dauert ein bisschen die qualität ist mies aber ich habe mein bestes getan wir brauchen einen plan des ganzen raums wir holen alles was wir brauchen selbst aus der virtu und seine nachrichten nur wenn du das drauf hast das wichtigste ist dass er keinen verdacht schimpft sei so er ist wie er ist ich habe hier auch was ich kann ihr gesicht nicht sehen ja 2.0 normalerweise ist so eine verschlüsselung was war das dann morgen war das 2.0 wer auch immer sie ist sie hat verdammt gute netrunner skills entweder das oder jemand hilft ihr die kommen mir bekannt vor was ist das rief markierungen kennst du dich mit denen aus nicht gut genug um zu verstehen was sie bedeuten aber nicht war doch gestern war doch gameplay haben sie doch gezeigt oder ist aber nur eine überlegung bin mir nicht sicher war noch male trelle mit so打reم die sind nicht leicht wusste nicht wo ich anfange so die kibel die y die 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 sind vielleicht nicht möglich vielleicht aber sie sind alle aus pacifika das grenzt immerhin unsere sucher ein nicht und jetzt sieht aus als würde ich den auslösen pacifica machen okay ich glaube wir haben alles so raus hier was denkst du anscheinend hat er will in uns nie die ganze wahrheit gesagt was wenn ich nur gewusst hätte in was für eine scheiße sie sich geritten hat ich bin so wütend auf sie ihr job war nur eine wird okay ist alles gut klar warum nicht deswegen ich habe gedacht dass das kommt was spricht sie für eine sprache weiß nicht haitianisches kreol es sind die budo boys moment lass mich nach einem echtzeit übersetzer suchen du kannst der war versuchen dich auf die telefonfrequenz abzustimmen mal sehen was das andere ende zu sagen hat geschafft noch eine sekunde wir müssen herausfinden was sie sagen könnte wichtig sein ich habe gerade das echtzeit übersetzungs tool gefunden sollte mit deinem system kompatibel sein ich bin ob sie ich bin Ich verstehe das nicht. Was hat das mit Johnny Silverhand zu tun? Der ist schon vor Ewigkeiten gestorben. Wie? Hast du eine Idee? Auf dem Biochip, den wir gestohlen haben, war Silverhand's Ngramm gebrannt worden. Ngramm? Ein digitalisiertes Persönlichkeitskonstrukt. Ich brauche einen Moment allein, ja? Muss ein paar Sachen in meinem Kopf sortieren. Na klar. Was könnten diese Leute von Alt wollen? Woher soll ich das wissen? Du hast gar keine Idee? So oder so führt die Spur zu diesem Netrunner. Sie zu finden hat oberste Priorität. Wenn sie so viel über den Chip weiß, wie ich glaube, kann sie uns vielleicht helfen. Du meintest doch, uns kann nichts helfen. Na, such einfach diesen Juju-Kabel-Freak, okay? Warte. Hast du überhaupt eine Idee, wie du die Voodoo-Boys erreichst? Die Voodoo-Boys. Ich höre mich mal um. Wir hätten ein paar Anrufe machen. Sagen wir so, die Voodoo-Boys würden sogar einer streunenden Katze in ihrem Revier misstrauen. Aber irgendjemand muss was wissen. Na dann, viel Glück. Hoffentlich brauchst du es nicht. So, die Voodoo-Boys. Hey, was gibt's? Muss mit dem Anführer der Voodoo-Boys reden, wenn du das hinkriegst. Okay, okay. Du kommst also gleich auf den Punkt. Hm. Das wäre moment Brigitte. Nicht so leicht, als hier anzukommen. Arbeitest du nicht mit denen zusammen? Nicht mit den Chefs, Chefinnen und Priestern. Wir haben mit... Okay, komm jetzt. Hab was, das sie haben wollen. Echt? Du willst denen was verkaufen? Na, Hause! Glaub mir, die brauchen... So, danke für deine Notion. Die sind isoliert, autark. Habt ihr eigene Kontakte, Tech, Netzwerk? Aber du willst... Nun gut, ich guck mal, was ich tun kann und melde mich. So, dann nehmen wir gleich mal die nächste Mission an. Aber... Boah, sind es viele. Hier muss ich die Nebenmissionen auch alle machen. Das würde mich jetzt mal interessieren. Das sind die fünf Enden. Carrie, Judy, Pernum. Das sind vier Stück. Mit Rogue, das fünfte. Wie viel mal das ist egal. Alle Scanner, alle Aufträge. Aufwege. Boah. Boah, da steht jetzt nichts von Nebenmissionen. Deswegen mach ich jetzt... Down on the Street heißt die Mission. So, dann mach ich das gleich. Ich hab nichts gemacht. Krass, wie schnell gleich die Polizei... Wie schnell der Stern kommt. Doch. Ja. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Das war es hier. Ich muss noch auf den Anruf warten. Wieso gibt es noch Informationen? Ich werde die Anruf. Ich sehe die Anruf. Ich habe die Anruf. Ich sehe die Anruf. oh man wie viel so das hab ich so 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 das ist wieder ein auftrag dann mach ich dir noch schnell nebenbei hey wo mein nein das steht ganz da hinten mein motorrad jetzt kommt und 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 es war aber auch dass es 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 jetzt sagen wir noch mal und haben sich sogar in den kopf Bis welche Stufe geht's? Bis 50? Oh, du hast auch einen Urlaub, das freut mich für dich. Zwei Wochen, was machst du? Machst du wohl irgendwas denn in zwei Wochen? Gibt's Urlaub, Zocken. Hä? Hä? was ist hier jetzt los beim strand jetzt mal schauen was die tage so kommt ich will dich hier raus dein mann schickt mich ich bring dich in sicherheit kommt so ein dummes wertloses stück ganz ruhig du musst mir helfen ich flieh dich an deshalb bin ich hier komm schon aufstehen kopf runter ups ich glaube meine spiele sind runter gefallen bei der belge küsse ach so verstehe und wie war's welche küsse das ist ja alles hell einfach was ist los warum kommen wir nicht das ist ja alles sehr entspannend das strand ist schon was geiles ich meine wir wollen eigentlich dieses jahr nicht in urlaub ich und meine freundin aber jetzt will sie anscheinend doch sie braucht eine auszeit und einfach mal eine woche urlaub kann ich hier nicht raus fahren wirklich viel viel besser auf jeden fall luft ja ja also nichts zu danken steig ein die karte bringt dich in sicherheit was war es jetzt zu gestern dort oder was danke pass auf dich auf wer ist das ich sage bradley bescheid dass lauren in sicherheit ist danke für deine hilfe auftrag erledigt dann 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh shit! Also das war jetzt nicht geplant auf jeden Fall Definitiv nicht Auf jeden Fall ist glaube ich dir Ich muss euch sagen, ich hasse auf Autobahn Hin und wieder Dann auf der Autobahn Wenn es so Baustellen sind, dann der Stau Dann hast du die Leute Die Menschen Die In der 50er Zone 30 Fahren Oder Angst haben LKW zu überholen Auf der Autobahn Ashley Du brauchst für Ashley Ahmet Du brauchst die Rüstung Du brauchst die Rüstung Heute ist dein Glückstag Zumindest wenn du Pacifica's Lockruf hörst Und ich ihm ganz hingeben willst Hast du was für mich? Naja, wie gesagt Wir haben kein Interesse an dem, was du ihnen anbringen willst Aber sie haben ein anderes Problem Also habe ich dich vorgeschlagen Erledige das für mich Oh mein Gott, ey Okay, mit wem rede ich und wie? Geht zur Kapelle auf der Sloan Zum Altar Irgendjemand wird dich anpassen Nenken Irgendwas selbst Irgendjemand wird dich anpassen Danke Das Spiel Bist du weh, nichts zu laut? Äh Ja, wenn ich schieße und so Dann hört ihr mich, glaube ich, schlecht, oder? Ich bin ja nicht gut mit Namen Warte mal, ich mache einfach das Mikrofon ein bisschen näher zu mir Weil ich habe es ein bisschen weiter weg Na? Und dann, ähm Ist alles problemlos hier, ne? Oder? Jetzt Jetzt ist es auf jeden Fall besser Jetzt ist es auf jeden Fall besser Hört ihr mich jetzt gut? Um Ah, jetzt weiß ich Hideshi Hino höchstpersönlich Die Legende Ah Profi Arang, die Rüstung Wissen Sie, wer das ist? Hideshi Hino Der Late Night Comedian Aber ihr jetzst Zu leise Sagen Sie es doch nochmal Anstrengung Jetzt Jetzt Bin ich immer noch leise Bitte Wir sollten los Jetzt Okay, ich komme schon Takemura Takahashi 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 Delamaine 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 Heißt, nenne ich ihn Delamaine Nein, gut so Okay Okay Rogue Ich weiß nicht Ich weiß nicht, wer dein Team erwischt hat Aber ich kann nicht Ich muss meine Stimme schonen, Ahmed Ich muss mich schonen Ich habe Gäste Deswegen kann ich nicht so laut reden Sieh einer an Wenn das nicht wie ist In meinem bescheidenen Domizil Bakako Endlich trifft man sich mal Also Warum bist du hier? Wer ist dein charmanter Freund? Wir arbeiten zusammen Das ist alles Ich bin Takemura Gorou Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Okada Ein echter Gentleman So schade Dass ihm eine ganze Avaagearmee am Arsch hängt Was ist eine Seegurke? Was ist eine Seegurke? Gib mir einen Grund Warum ich um sofort die richtigen Leute anrufen sollte Eddies natürlich Geht doch immer um Eddies Achso Oh, wo habe ich Ich habe Spongebob nie angeschaut Ich habe keine Ahnung Ich kann da leider nicht mitreden Schwierig Wir brauchen Infos zu der Parade Die durch Japantown führt Also Arasaka Wieder mal Was ich nicht verstehe ist Ich muss mir das mal angucken Wenn Kevin die Seegurke ist Geht Mr. Deshawn nicht an Solo Oder was? Achso Krass Ok Ah Verstehe Verstehe Achso Der ja Oh mein Greenscreen Er hat es voll schon nicht geschaut Ja Ich weiß Krass Aber ist halt krass Was soll ich sagen? Als würde der Hund die Katze vögeln Oder Hast bestimmt keine Sympathien Für die Mörder deines Enkelkens Habe ich was verpasst? Das ist sehr lange her Zeit halt alle Wunden Aber so eine So eine Wunde nicht Nein Es ist alles auf den Splittern Was ist dein Preis? Meine Taschen sind leer Natürlich Mein Geschenk an euch Gratis Oh Kadasama Gratis bedeutet meist besonders teuer Ich kenne es auf jeden Fall Es reicht ja oder? Gratis Ganz Gratis Ganz sicher Ich habe meine Gründe Muss man gesehen haben? Der ganze Bezirk wird für die Parade abgestellten Ja ich halte nicht ne Das Skibagen Die Hauptattraktion Sie fliegen hier lang Weit über der Straßenebene An der Parade Strecke Gibt es Balkons Brücken Und andere Die haben das geschaut Was habe ich in dem Moment gemacht? Ah kann es sein Dass ich da in dem Moment gezockt habe Das kann sein ne? Und zwar genau Hier Security kenne ich nicht Oh Tom und Jerry Kenne ich auf jeden Fall Von meiner Kindheit Tom und Jerry auf jeden Fall Mit Pokemon bin ich Groß geworden Und Ash Ketchum Aus Alabastia Ne? Genau Und mein Lieblings Pokemon ist Ziemlich nützlich Kannst du euch sagen Am Ende fliegen die Wagen An zu Berntown raus Und wir stecken bis zum Hals im Müll Und danach würde kommen Oh Danach Garados Na dann Macht euch ans Werk Und danach Mewtwo Das wären meine Top 3 Danke Baka Kuh Wir wissen das zu schätzen Garadosama Einfach geil Aber Mit Dragon Ball Ich muss aber sagen Ich habe damals Nicht so viel Pokemon Äh Serien angeschaut Sondern Ich habe es halt wieder gespielt Ne? Ich sage euch ehrlich Von Dragon Ball Habe ich auch Nicht zu viel gesehen Ich habe es halt gezockt Ne? Mehr oder weniger Eine wirklich Reizende Frau Digimon Natürlich Digimon habe ich auch gespielt Genau das sein Was wir brauchen Digimon damals Auf der PS1 Ne? Ich bleibe hier Und Digimon war geil Einfach Wenn ich etwas Neues erfahre Ich nehme ich dir Bescheid Digimon war damals echt geil Oh ja Ich habe gerade die Die Diese Musik im Kopf Von Digimon War geil Auf jeden Fall Oder Ey weiß jemand von euch Wo man Autos kaufen kann One Piece One Piece Habe ich noch nie angeschaut Und auch noch nicht gezockt Ich habe von Gar nichts Da habe ich nichts gemacht Digimon Die Autos bekommst du Aber man kann auch Autos Kaufen Wo ist der Shop Dazu Das war meine Frage Digimon geil Digimon Pokemon Kannst du nicht? Doch Kann man klar Oder Ach fuck Welche Aufträge Sind es Sind es die Delamine Mission Von dem Meister proper Verschritt Für Arme Kann es sein Kann es sein Ich muss mal kurz was nachschauen Weil es nervt mich jetzt richtig hier Ich will es gar nicht aufleveln hier Na Gar nicht Ah ok Gehen wir Gleich Warte 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 Und Peace Ich bin schon wieder überladen Warte Einen Moment Ich mache das hier fertig Und dann gucke ich nach Boah Eine Mahete Her damit Was kommt Ich muss die Sachen verkaufen Ich brauche unbedingt einen Shop So auf die Karte Welche könnten es sein Schon einiges zu machen auf jeden Fall Obwohl es geht eigentlich so Ach da wo Gefahr Ok ok gut Weiß ich bescheid Danke Ich brauche einen Shop Ach man ich will es nicht Aber mir bleibt halt nichts anderes übrig Wie das hier aufzuleveln Aber muss ich ja eben nicht Ich hebe mir jetzt einfach Ich hebe jetzt einfach die Punkte auf Dann stelle ich die drei legendären Gegenstände her Weil ich habe Zum Beispiel Vernichtung ist schon wieder auf Level 7 Und das brauche ich auf Stufe 20 Na wenn ich mich nicht irre Oder Und das mache ich jetzt einfach raus Genau das mache ich raus Das bringt mir absolut gar nichts Ich mache Athletik 20% schneller Das ist Schwachsinn Wir machen 20% Obwohl das brauche ich eigentlich auch nicht Na das kann ich jetzt nicht mehr zurücksetzen Ja das mache ich auch Aber ich muss Ich werde nicht drum herum kommen Ich muss sagen Es nervt mich ein bisschen Dass es jetzt so trophäenabhängig ist Wie ich meinen Charakter baue Wie viele Punkte kann ich denn überhaupt sammeln Sind es 50 Punkte Insgesamt Weil ich habe 4, 8 Ne ne das sind viel mehr Ich habe ja noch 11 Stück Und ich bin jetzt Level 15 Ich mache dir gerade Bock auf Cyberpunk Aber ich Attributspunkte Cyber Ich muss kurz mal nachschauen Wie viele Fuck Wie viele geschrieben habe 49 Punkte gibt es Das heißt Ich muss die PS5 Version Äh PS4 Version nochmal zocken Das kann ich lassen Das hätte ich mir jetzt sparen können Vernichtung Ich saug jetzt einfach Komm Aber Das Das Pfff Pfff Einen Moment Vernichtung Für Ja so dann machen wir das doch so und ich werde jetzt einfach noch mal extra safe machen ich muss das machen ich werde mir das auch abfotografieren das ist der safe mit 853 den darf ich nicht mehr überschreiben der ist hochgeladen dann nehme ich noch mal den hier speicher darüber dass ich zwei habe safer als ein kundum auf jeden fall aber ganz sicher ganz ganz sicher weil dann mache ich ich mache ich habe keinen bock drauf einfach mich nervt es ich will einfach zocken so wie ich will ich mache mir den lassen bis jetzt nicht kaputt machen wenn ich jetzt bock drauf habe dann mache ich das jetzt auch wieder schon finde dann nehme ich vernichtung 20 machen wir machen wir durch gegner die bewegung sind mach mal wir machen nur schoflinde der kritische schaden also kopf nach das lasse ich auf rückstoß ist wurscht ich lasse es jetzt einfach mal da machen wir 20 athletik 5 9 gesundheit auch nicht nehm ich nehm ich so jetzt schauen wir mal ne weil anders geht es nicht da war ein Schock oder? so alles verkaufen ich muss aufpassen so jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Geld raus Klamotten mann wie viel auch was ist das? nein nicht Gasmaske mit Filter natürlich ich weiß ich die musst du auch alle haben für die Platin da wirst du nicht drum herum kommen aber ich kann dir auch gleich sagen du findest alle ohne Probleme echt jetzt es sind viele aber ich muss sagen das sammeln von von Rüstung oder Waffen oder so das ist wirklich nicht schwer das war nicht schwierig das kann ich dir auf jeden fall sagen ganz ganz safe das war wirklich kein Problem bei YouTube gibt es zum Beispiel einen der zeigt dir wirklich wo jeder Ring ist jeder Ring du siehst wirklich der zeigt dir du gibst den Namen vom Ring ein und dazu kommt gleich ein Video das ist echt easy das ist echt easy anders der mich immer anruft anders der mich immer anruft gelb wartet nicht wir hören uns ich kann nicht absteigen ich glaube das mache ich auch aus das nervt mich heftig noch wie viele Nachrichten das sind hier war hier gerade nicht irgendwas wo war gerade dieses Graffiti hier warte bis die Kirche am nächsten Tag wieder öffnet dann warte ich warten ist gerade nicht möglich warum nicht warum nicht ich hier 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Anjo. Bist du Placid? Wo ist deine Chef? Kissa, Oule. Ich will mit Fréjit reden. Wurde es zu mir geschickt. Und du sagst mir mehr über den Job. Ja, aber nicht hier. Komm mit. Wo gehen wir hin? Ein Brennpunkt der Kontroverse. Eine Karte in der Stadt. Hier, lass. Dann hier kommt der Karte Neistung. Tunen auf Villa. Tunen auf Pazifika. All das und mehr. Willkommen in Pazifika. Er schießt da einfach rum. Geht zu Pazifika gut? Nicht wirklich. Ihr rollt nicht gerade den roten Teppich für die Leute von draußen aus. So deine eigene Stadt wird. Mann, das ist einfach so geil gemacht, das Game. Ein Kreislauf. Die Konzerne füttern ihre Schafe. Die spucken es wieder raus. Alles hier auf Konzern Kast gewachsen. Unser Ziel ist die Jeep. Die Café, die wehr sind. Dieolos, die wir sind. Deine 당연häte. Wir haben ja, wie wir sind. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns, wir sehen uns. Was ist das? 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 Danke. Das ist nicht mehr. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Aber ich lasse es so auf 12 und hau die ganzen Punkte da rein Ach, Mann, was ist das? Wollen sie euch provozieren, damit ihr was dummes macht? Sie verlassen die Djinn nicht. Wie viele von denen hängen da rum? 30 oder mehr. Bin ihnen nah. Wir reden hier. Setz hin. Wann treffe ich Brigitte? Du machst den Job. Das kommt zuerst. Scheiße, was soll das werden? Naja, wenigstens labert er dir nicht die Ohren voll. Warum schickst du nicht deine Leute zur Jim? Nicht unsere Art. Und das teilt sich für euch aus, ja? Läuft gut. Besser als du denkst. Dein krummischer Mann, ist es Victor? Ach, scheiß auf den Dreck hier. Du denkst du bist frei. Du kannst einfach aufstehen und gehen. Vergiss nicht, warum wir hier sind. Der Typ ist ein riesiges Arschloch. Aber wir brauchen ihn leider. Ohne ein bisschen Voodoo werden wir alt nie finden. Ohne ein bisschen Voodoo, ey. Na dich. Können wir weitermachen? Dieser Chip. Er hat keine Signatur. Warum? Ist egal. Er ist eh kaputt. Wie das? Kugel in den Kopf bekommen. Seitdem funktioniert er nicht mehr. Also, bin ich würdig? Hab ich den Job? Mhm. Der Kamionett. 20, 35, 07. Drei Sekunden vorher. Wusch. Habe ich versucht rauszufinden, wo er herkommt. Fortschrittliche Tech. Passt gar nicht zu diesen Matschbirnen. Sie beobachten ihn genau. Sie beobachten ihn genau. Ist wichtig. Warum auch immer. Das sieht. Batman Kelly hat das an euch. Wer mit Butler? Die Animals stecken nicht dahinter, oder? Sie sind Schläger. Jemand anders braucht sie. Und zwar jemand mit einem Lieferwagen voll Netrun attack. Und ich soll rausfinden wer. Fang beim Kamionetta. Bleib verborgen. Check nur die Situation. Die Situation. Warum? Wozu? Du ich Agwe. Seh ich was du siehst. Höre was du hörst. Ich werde dich durch die Gym führen. Noch eine Stimme in deinem Kopf. Da freut sich der Riverdog. Oh Mann ey. Schon die zweite Stimme im Kopf. Okay. Muss ich sonst noch was wissen? Dass der nicht durchdreht. Ich triff unsere Leute an der Mall. Sie zeigt, wie du siehst. Die Mission kenne ich auch schon. Fremde. Komm, hau ab. Schau, dass ich nicht töten kann. Sowieso ne linke Barzille der Typ. Der Geschoss. Wie? Ich höre. Was ist? Stabilitätscheck. Emfang auf der Blick. Okay. Hm. Einen Moment. Muss noch mal vergleichen. Also. Ich habe hier 6. 9 und 4. Das heißt. Mir fehlen die 5 Punkte. Die könnte ich quasi. Ich könnte beide. Beides auf 20 machen. Ich mache das auch. Weil ich will nicht. Hm. Scheint so. Mein Charakter auf Item Herstellung bauen. Das mache ich nicht. Oh shit. Ich glaube es wird nicht funktionieren, oder? Oder doch? Was meint ihr? Ah, doch, doch, doch. Es funktioniert. Okay, ich gehe mal hin. Augen auf. Ich habe irgendwo in ihrer Nähe Kontakt mit deinem Fahrzeug verloren. Danke. Ich guck mal. Wir haben ein Deal. Zurück zur Gym. Mach deinen Job. So, jetzt kommt eine Mission. Mach den! Fuck. Ich habe was vergessen. Wo ist denn Ding überhaupt? Hat Judy? Wo sind denn ihre Missionen aufgelistet? Überhaupt. Wo sind denn ihre Missionen aufgelistet? Überhaupt. Ich bin schief. Ich habe dich schon im Nachhinein. Ich bin. Ich bin. Du bist wie? Ihr kennt den Weg rein? Wurde mir gesagt. Ja, Garage, von hinten. Aber pssst, leise, ja? Was Interessantes da drüben passiert? Seit wir hier sind, ist alles ruhig. Niemand rein, niemand raus? Nun ja, einmal sind sie raus für Proviant. Oh, wie der geflogen ist! Das war's, oder? Boah, der lädt so langsam nach, heftig. Hier pick ich ein nadelneues Arschloch! Ach! Du bist bloß! Wie ein, zwei! So, 21? Okay, bin drin! Seh ich! Der Kammionell! Check ihn! Okay! Kamera im Korridor! Vermeide sie! Ist die an? Ich dachte, die Maul ist seit Jahren verlassen! Jetzt nicht mehr! Die Animals haben sie repariert! Was ist denn mit denen laufen hier in Unterhosen rum? Oh! 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 Ja, da ist nicht! Nee, nee, nee. Ja, nee, nee. Shit, was mit dir? Die verfrackt der, ja genau. Die Spine zeigt doch oben. 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 Oh shit. Sorry. Pistos. Das ist ein bisschen wasser. Das ist ein bisschen wasser. Krass, Mann. Was war das? Was? Was? So, jetzt müsste er unten irgendwo ein Schütz stehen. So, das habe ich. Ich habe noch sieben. Zwei Vorteile. Das heißt, das könnte ich schon aufs Maximum machen. Das müsste dann reichen bis zum Ende von dem. So, alles her damit. Finde den Wagen in der Lobby. Das kann ja nun der sein, ne? Okay, bin am Van. Kein Zeichen vom Runner. Ich sehe alles. Also sei still. Verbinde dich mit dem Wagen. Wo du schon mal hier bist, sagst du mir vielleicht, was wir sehen. Was ist denn mit deinem anderen Twitch-Sport? Was ist denn mit deinem anderen Twitch-Sport? Bandit? Okay. Was mache ich, wenn ich ihn habe? Sag ich dir dann. Warum ist er gebannt? Was hast du gemacht? Ach, die melden dich. Ah, das habe ich auch Schrift ausgehört, diese Stream-Snipern. Ja, ja, in den Spielen dann nerven. Ja, ich... Verstehe, 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 verstehe schon. Du kriegst gleich Gesellschaft. Es kehrt sie sofort. So schlimm, na? Keiner dieser Datenkrieger hätte einen Widerruf. Die muss eine Schwarzstelle haben. Pillen erkenntn im Kino. Komm schon, trau dich! Und? Ja. Ah, ja. Du bist eine Schwarzstelle. Ah! Das kann ja nur das auf dem Rücken sein, oder? Ja. Ja, was ein Mann Zweifel, ey. Herrlich, muss ich sagen. Boah, ist es nervig. Irgendwie verliert die keine Energie. Boah, die verliert aber. Ich mach's mal anders. Ah, ich hätte es im Nahkampf kaputt machen sollen. Jetzt verstehe ich. Ja, jetzt kriegst du das Modest. Weil er Bock hat, bestimmt. Das nervt mich, dass ich jetzt keine Muni für die Dinge abschoffen bin, ey. Ey, kann ich nicht welche. Ich kann... Das gibt's nicht, ey. Jetzt konzentrier dich. Dann halt die Fresse! Ja, Mann, halt die Fresse, Mann, ich weiß nicht. Oh. Ja. Und jetzt der Watch-Up. Boah. Munition, Munition, Munition. Ich kann nur Munition herstellen, oder? Upgrades. Ich kann sogar die Sachen hier verbringen. War krass. Das heißt, ich müsste eigentlich gar nicht... Immer neue... Neue Sachen ausrüsten. Und hier unten ist Munition. Was ist das? Schauschützen. Gewehre. Schroffländer. Kompromittier ihn. Wir brauchen Zugang zu Ihren Daten, klar. Du musst zuerst... Placid? Oh, hey. Sachte. Was hast du gemacht? Jetzt können wir ungestört reden. Hab die Verbindung zum Rest von Pacifica getrennt. Uns etwas Zeit verschafft. Ach, du laberst zu viel. Ja, Mann. Wer bist du überhaupt? Erstmal gibt es eine Faust... Und dann wird ein USB-Kabel angeschlossen, ne? So stelle ich mir das auf jeden Fall in 50 Jahren vor. In 50 Jahren bin ich... 83... Da werde ich aber noch am Leben sein, ne? Ich denke schon. Mit 83 lebe ich noch. Hab wahrscheinlich schon ein drittes Herz. Na, meine Arme sind... Sind Prothesen. Gefühle wie ein Terminator. So eine Prothese wie er hier. Hey, wie? Alles okay? Was ist passiert? Was denkst du denn? Die Voodoo's haben gelogen. Du wurdest beschissen. Du warst ihre gottverdammte Kamikaze-Drohne. Muss die Belohnung für deine Hilfe gewesen sein. Vielleicht war das auch Netwatch. Und die Voodoo's wissen nicht, dass ich überlebt hab. Und Placid wischt sich die Tränen weg, sobald du lebend bei ihm auftauchst. Komm, lass uns zum Bettys und den Scheiß endlich klären. Der Bastard. Ich hoffe, er mag Überraschungen. So, Judy. Ich muss mir mal kurz was anschauen. Weil ich will nicht das mit Judy verkacken. Ich glaube, das könnte... O.P.S.M. Wo ist mein... Oh, das ist nervig. So. Jetzt musst du mir kurz mal meine Trophäe anschauen. So, ich bin sogar noch online hier. Missival. Judy versus Night City. hier das war der von selska Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe schon viel Schlimmeres gespielt. Und woher weißt du das? Ist da eine Quelle vertrauenswürdig? So ein Döner, ey. Auf so eine Quelle vertrauenswürdig. Es hört sich an, ob ich mal Crack kaufen möchte bei dir. Okay. Okay. YouTube. Tja, da sind Sie. Herzlichen Glückwunsch. War es das wert? Auf einer Skala von 1 bis 6? Mist. So weit. Schau ich dann einen Moment. Sieh. Ah! Ah! Oh! Ah! 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 Ich traue ne anderes Rupfne definitiv. PS only? Wirklich? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Was bist du überhaupt beeindruckend? PC? Also für Xbox gab es den zweiten Teil auch. Das weiß ich. Das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Save keinen Xbox. Okay, das ist crazy. Das ist crazy, Main. Schicke Regina eine Nachricht. Was gibt's Neues? Oh, ich vergesse. Da hat so ne Elisabeth angerufen. Hat wohl einen Job für jemanden, der ein Auge für Virtus hat. Hab sie an dich weitergeleitet. Danke, dass du an mich gedacht hast, Judy. Hey, keine Ursache. Hoffentlich bringt es ordentlich Eddies. Hab den Job tatsächlich schon angenommen. Kein Scheiß. Und? Wie ist der genau? Kann ich momentan noch nicht sagen. Schon klar. Diskretion gegenüber dem Klienten. Was ist sonst so in deinem Leben los? Kind Besonderes. Ich würde lieber wissen, wie es dir so ergangen ist. Wie läuft der Virtu-Dreh? In letzter Zeit was Tolles aufgenommen. Kingsherr, so es geht ey. Wunderschön. Wunderschön. Ein bisschen Interesse muss ich an allem haben. Virtus. Bring mir vor allem und sich die Stationen. Killing Floor. Um zu sehen, wer wen wie umgebracht hat. So in die Richtung. Aber du siehst das anders. Für dich ist das Kunst. das muss ich wissen warum arbeitest du ausgerechnet an pornos ist doch klar zwei minuten viel bringen ein wochenlohn schon aber ich hätte gedacht jemanden wie dich stört diese ausbeutung von sex objekten ausbeutung nicht in meinen virtus meine darsteller lieben ihren job und deshalb sind die leute so heiß auf sie echte gefühle lassen sich nicht faken ich wollte noch über was anderes reden wir haben alle zeit der welt war schön von dir zu hören ich bin für dich da wie auf jederzeit an so dann julie die kleine fach erst mal eine spritze falsche taste der main fack nicht anrufen geh nicht hin bis dann bis dann genau so wie war es jetzt vier jetzt ist ruhe der kopf der kleine kopf am besten so was nach der arbeit machen resident evil 3 kommt nach cyberpunk wenn cyberpunk nicht so lange dauert und ich habe noch etwas zeit übrig bis mitte september nicht mehr so groß ist dann werde ich 3 remakes spielen weil es geht ja schnell dafür brauche ich nur ein paar stunden und dann genau also kurz und knapp wenn ich für cyberpunk nicht so lange final fantasy 3 final fantasy 7 remake na genau wenn ich für zeit wenn ich jetzt nur noch eine woche hin habe bis 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 mitte september ich sag's mal so dann äh ne cyberpunk ist ja auch komisch dann werde ich resident evil 3 spielen wenn ich damit schnell fertig bin wird es resident evil 7 remake äh resident evil 7 remake habt ihr gewusst es gibt es seit heute resident evil 7 remake ne aber ähm ja genau 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 ähm genau ähm was soll ich sagen ähm genau da kommt remake 5 kommt bestimmt ne remake bestimmt hundertprozentig das kann ich mir so gut vorstellen schaut euch mal an wann die resident evil 1 äh ein remake gemacht haben das ist schon so lange her die haben jetzt von jedem spiel ein remake raus also zu den resident evil spielen 1 2 3 und 4 gibt es hier ein remake sogar resident evil 1 remake haben sie nochmal remastert ich würde es aber auch so machen ich würde es aber auch so machen wir wissen wohl beide was als nächstes passiert ja also resident evil 1 remake ist halt schon geil ne redet ihr mit mir ich töte sie und der ganze kuchen was ist denn mit dir ich dachte wirklich nicht dass du darauf reinfällst ok mir reicht's wahrheit der prozessor sie wollten es so jetzt gibt's eine überraschung überraschung in 5 4 ich mach euch jetzt klar wir Junkies Resident evil ja auf jeden fall das 3er ich hab überlegt das 3er ob ich diesen inferno lauf ohne unendlich munition mach schalte ich ab oder ich mach altmetall aus dir ich muss ich muss mir das überlegen du bist ein schrecklicher mensch du bist ein schrecklicher mensch aber eigentlich hätte ich schon Bock mit dem Raketenwerfer da durchzulaufen schrecklicher mensch und das testen wir nicht vor allem bin ich nicht so ein großer Fan von Resident Evil 3 ist das so furchtbar zu der Elemente zu nutzen von Remakes sorry ich hab sie bisher überleben lassen weil ich neugierig war was sie wohl tun tja den Teil von mir haben sie zerstört einsame unbeliebt das 5er wollte ich auch noch streamen mein heiligorschen jetzt es reicht genug worum geht's ihnen denn ums überleben ich drück's jetzt weg mit dem Kontakt zu dem fehlenden Fahrzeug aufgenommen definitiv das seltsamste von denen ja es ist außerordentlich ungezogen ein Anteil ihres Honorars wird überwiesen danke du crackhead Meister proper so was geht hier ab überhaupt servus fuck ey ich bin gestorben er hätte mir so viel abgezogen ne ihr habt gesehen das war ein bug wieder ne und da ist schon wieder was oh ich glaub das muss ich anders machen jetzt krieg ich Probleme mit der Schroflinde ich glaube es fängt nicht an aber ich will die Schroflinde leveln irgendeinem Fähigkeitsbaum ach schau mal her ja aber ich mach's anders sie laufen sowieso alle her na warum bin ich so blöd und laufen überhaupt zu denen genau du Idiot was ist mit dir ich mach's mir immer zu schwer eindeutig erstmal ne Spritze das ist das ist das ist das ist an deiner Stelle na will ich mal Ding zocken Resident Evil 1 na schon richtig geil das 1er will ich auf jeden Fall mal machen will ich auf jeden Fall mal machen zockst ein Fünfer ja schon 5 Trophäe ich hab noch keine Halt bekommen es sieht sich alles hier aber ist nicht so schlimm aber ist nicht so schlimm ich muss es ja fertig bekommen nein 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 runter 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 oh oh shit ich hab gedacht ich kann da durchfahren ok doch nicht nicht so schlimm das kenn ich sogar noch ja was werdet ihr ich hab das damals zum Release gespielt ich hab das damals zum Release gespielt wie alt war ich denn da 8 ich war da 18 muss ich da gewesen sein 18 Jahre war ich 18 ja könnt gut hinkommen auf jeden Fall auf der 360 damals mit dem Kumpel mit dem Kumpel den habe ich damals über Xbox Live kennengelernt na wir haben uns dann auch privat getroffen cooler Typ auf jeden Fall waren sogar mal feiern der Connor war echt gut Call of Duty ich habe Resident Evil 5 mit so vielen Leuten Co-op durchgespielt und normal einfach und normal einfach ok den Müll kann da oh da da hier hier und so schon getroffen krass ne oh oh man ey ich hab schon einige kennengelernt auf jeden Fall da 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 ne das da 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 das so das war's wieder er bleibt nicht am leben so was machen wir nicht oder diesen splitter so viel auch noch noch mal er hat einmal alle umgebracht was ein mongo der typ das geld stecke ich aber ein bevor es am bohne liegen bleibt nämlich sonne aber was denn das ist jetzt die frage das ist hier in der nähe oder ist zwar da vorne so das nächste so das habe ich das mache ich alles raus das habe ich auch das sind nicht viele nachrichten so das habe ich er ruft wieder an an exakt diesem ort habe ich die verbindung zu einem fahrzeug verloren ok ich sehe mich mal um so john down to the street walk the line pazifika das war das mit den voodoo boys dann mache ich das jetzt er ruft sowieso den anderen aber bei mir ist alles beim alten aber hey wie geht's dir so gut ich leg auf tschau war schön von dir zu hören ich bin für dich da wie ja genau ich bin für dich da wie bin für dich da was alles so emotional sind so wo komme ich jetzt hoch charakter oh stufe 9 schon ach geil ach geil ich glaube ich habe Sonnenbrand ich glaube ich habe Sonnenbrand wie irgendwie charakter was splendid da hier kann man oder was die die ich brauche das geld für die ganzen autos deswegen sammle ich immer die ganzen waffen ein weil dann kann ich pausch im gewehr kann ich mir die autos für kaufen ist ja ein schrott was ich hier schon wie das ist heftig auf jeden fall leckst du mich weg das auch spiel sowieso nicht mit dem sturmgewehr raus sagen was habe ich ihnen hier schon wieder muss ich muss mal gucken fach wieder aussieht nach vor allem mit der brille hier habe ich eine andere hier sexy das nehme ich noch so ein vergammeltes tanktop aus plastik dann haben wir hier nichts schuhe so rosa blau geil oder so dann nehme ich die hier noch dann mache ich da noch ein upgrade drauf aufsätze zeig mal her 0,002 für ziel das nehme ich auch so ich muss noch mal wo habe ich denn die jetzt her überhaupt doppelläufige schuflip ne egal weg so so Was ist das? Wo ist der Scheißkerl? Treppe hoch! Placid! Placid! Ich komme jetzt, Placid! Wo ist Placid? Warte, du bist tot! Das war dein Plan, richtig? Ich lebe, bis ich meinen Zweck erfülle und verschwinde dann! Nulllinie! Nein! Du bist verwirrt! Mosley hat dich angelogen! Scheiß auf Mosley! Ich bin nicht blöd! Lass mich nicht verarschen! Ich hab recht, oder? Link ist abgebrochen, das war nicht geplant! Ihr habt Agenten-Tags geschreddert! Tu nicht so, als wüsstest du nicht, was passiert ist! Ich weiß ganz genau, was ich gesehen hab! Aus dem Kriegsgebiet wurde es getroffen! Ganz einfach! Ich musste meine Leute rausholen! Nur das zählte! Wir wollten dich auch retten, aber Mosley war stärker, als wir dachten! Ich drehe keinen Scheiß! Blödsinn! Blödsinn! Nichts! Wir müssen runter! Es ist nicht vorbei! Netwatch kommt wieder! Willst du ihn etwa zur Gruft führen? Er ist noch ein Ragnion! Sonst nichts! Sieh dir die Skans an! Das habe ich! Sotikunia! Vertut mon Sotik! Oh, du schickst Placid extra für mich raus? Ich will nicht, dass er dich verletzt! Das darf nicht geschehen! Du weißt vom Biochip! Habe ich recht? Ja, wir müssen seinen Zustand prüfen! Ihr wolltet... Komm! Ich mach weiter! Wie hast du uns gefunden? Kannst du mir helfen? Ja oder nein? Natürlich! Aber nicht hier! Wir gehen in die Gruft, wo du uns Zugriff auf den Chip geben musst! Wenn wir die nötigen Daten haben, tun wir alles, um dir zu helfen! Na dann! Ich kann sowieso nichts anderes aussuchen! Ich werde es machen müssen! Ich mach in die Gruft! Ihr scheint den Ort jedenfalls zu mögen! Aber ehrlich gesagt... Wird ihr nicht gerade besonders religiös auf mich? Wir ließen die Götter auf Hayeti! Doch hier sind wir auch ohne sich stark! Ja komm, lauf doch! Hier lang! Ich bin ein Schiff! Ich bin ein Schiff! Wieso wusste Placide denn nichts über den Biochip? Er hat ihn in den Scans nicht erkannt! Nur wenige von uns wissen vom Kompeki Tower. Aber Placide ist... Ich bin ein Schiff! Das stimmt. Dann clayte es nicht, Brot! Dann fliegt der bin! Hier habe ich mit den positive Beinen. Ich bin ein Schiff! Ich bin ein Schiff! Oh, dass tut mir das nicht im Hause! Das ist die�� Schiff! Und muss ich das nicht! Ich bin ein Schiff! Der Watcher hat den Bio-Chap nicht bemerkt. Seltsam. Er hatte keine Gelegenheit. Gut. Hätte unsere Arbeit erschwert. Ist das ein alter U-Bahn-Tunnel? Nein, Teil des alten Maklev-Systems, als doch alle Staaten verbunden waren. Wie das nett, brach es nach dem Krieg zusammen. Wir rekurren. Wir bringen dich in den Cyberspace, der beste Ort für die Interaktion mit dem Konstrukt. Moment mal. Ich will erst wissen, wofür ihr Silverhand braucht. Wir wollen Alt Cunningham kontaktieren. Wir wissen, sie stand Silverhand nah. Alt? Der Relic, der Arasaka so wichtig war, ist unsere einzige Spur. Alt Cunningham. Schon mal gehört. Ah. Wo denn? Von wem? Wie willst du Alt kontaktieren? Wir schneiden ein unverkennbares Stück aus Silverhand's engram aus dem Bio-Chip. Alt wird es erkennen. Und antworten sollte nach Jahren jenseits der Blackwall in ihr etwas Mensch übrig sein. Moment. Was? Du hast nichts davon gesagt, die Blackwall zu durchbrechen. Jetzt schon. Direktion... Okay. Last guest? Johnny? Wo sind wir? Die Datenfestung. Unser BBS. Die Brücke ins Deep Net. Also, wann fangen wir an? Alles bereit. Ich muss ganz kurz was nachschauen. Ich glaube, ich hab was her. Wir brauchen die Daten zu alt. Nur alt. Es könnte sich ein wenig beschließen. Die Dachaubergeist und die Bedeutung haben, die wir sie verletzen. Die Dachaubergeist. Die Dachaubergeist wird nicht mehr verletzen. Vielen Dank. Vielen Dank. So, da bin ich wieder. Ich muss kurz vorn das Wasser einen Behälterlärm machen für die Klimaanlage. Das ist so krass. Er ballert einfach auf seinem Konzert rum, ne? Das ist heftig, ey. Du bist nicht die Band. Das ist keine Soloshow. Ich bin aber der Einzige, der eine Vision hat. Wie gesagt, solange du keine bessere hast, fick dich ins Knie. Alles rein damit! Komm! Oh, Baby! Ja! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! so sad ja das stimmt sex drugs and rock'n'roll da geht's ab schade, das ist da schon mal schade du all die andeutung nicht wahrnehmen echt komisch für'n künstler rief doch toll was ist denn jetzt los die frauen und der suche nach streit aber es sind ja nicht alles so ne kann ich da hinsohlen hätt' ich auch so gemacht ja klar natürlich zum level natürlich natürlich ja es ist viel einfacher mit den skill points und alles finde ich ja obwohl remnant 2 ich muss sagen die skills die es dass das was ernstes ist wir uns nahe stehen die skills die es in remnant 1 gab die waren besser wie im zweiten kann ich jetzt ganz schön vorstellungskraft ja zum beispiel was ist hier los ey mann der gibt ihm blowjob auf der treppe wohin gehst du hab noch was vor alt spaß dir für wen auch immer wir spielen morgen wieder lasst uns abhauen bist du ein schlückchen wir trinken silberlocker verpisst euch aha da hat einer ne kurze lunde ne lila ne schrotflinte ach mal ich mach die platte ey ich hab richtig boah krass er kommt einfach von hinten wie so ein mongo genau und sie wird jetzt entführt mit seinen johnny johnny silverhand Silvercog Auf jeden Fall ein geiler Charakter Gibt es besseren Nebencharakter wie Johnny in irgendeinem anderen Spiel? Ich glaube es nicht, oder? Mir würde keiner einfallen Komm, hoch mit dir Lang nicht gesehen, Johnny Wann habe ich dich das letzte Mal zusammengeflickt? Vor zwei Wochen? Wo ist Alt? Wo ist wer? Die Frau, die bei mir war Er hat dich gebracht, du hast niemanden Fuck, sie haben sie Keiner hat was gesehen Frag deinen Retter Meinte, er heißt Thompson Das war Arasaka, stimmt's? Für dich ist das immer Arasaka Weil's immer Arasaka ist Wir müssen reden Okay Ist zwar nur Stückwerk Aber die Naht sollte halten Ruhe dich aus Ein paar Stunden Damit sich die Stiche beruhigen können Aha Johnny Ach, vergess es Du hörst eh nicht auf mich Was hast du gesehen? Nicht viel mehr als du Die wollten sie Du? Du warst halt im Weg Und du? Standst nur eierschaukelnd rum Blöd glotzend und von morgen träumend Hätte ich mich eingemischt Hätte er uns beide zersäbelt Hast du seine Reflexe gesehen? Natürlich nicht War zu schnell dafür Hm? Peck wie diese Findet man nicht auf der Müllhalde Also Was willst du? Eine Story? Was krasses für die Screamsheets? Deshalb hast du mich von der Straße gekratzt? Nö, hatte meine Story schon Aber dann haben ein paar Typen sie in den Van geschmissen Und sind abgerauscht Hast du vor, was zu unternehmen? Die war doch dein Output, oder nicht? Dass sie alt entführt haben Nur Mittel zum Zweck In Wahrheit geht's um mich Weißt du überhaupt, womit sie ihr Geld verdient? Die Schnitte ist einer der besten Runner, die es gibt Komm, aufstehen Ein PS5? Keine Ahnung, weiß ich nicht Aber Saka wollte sie haben Das weiß ich nicht Entführung ist für die eine standardmäßige Maßnahme im Konzernwettstreit Okay, was wollen die? Wie meinst du jetzt? Eine KI Warte mal gehört Meinst du jetzt ein PS5-Amt-Update Meinst du jetzt ein Update für die Konsole oder für das Spiel? Und deine Chumbas bei Saka haben gerade die angeheuert, die sie geschrieben hat Stell dir das mal vor Wenn du für das Spiel meinst, dann ja Gibt es schon seit längerem Was für eine Ladung dünn Schiss Ist ja die PS5-Version Aber mir ist das Spiel gestern abgeschwürzt Und es hat geklappt Und Die Tage davor hatte ich Performance-Probleme, ne? Also dann, wie sieht's aus? Kommst du mit? Ja Wohin? Arasaka Tower Um alt zurückzuholen Nur für beide? Sind bei dir ein paar Kontakte lose? Lass auf dem Weg im Atlantis vorbeischauen Hab da ein paar Chumbas Ich warte im Wagen Aber nicht ewig, okay? Du wirst so lange warten, wie es sein muss Der ist voll krass gleich Ich hatte gestern meinen ersten Absturz FPS-Einbrüche am ersten Tag Gestern auch Heute ist alles in Ordnung Heute ist alles in Ordnung Auf der Xbox lief's halt, äh... Lief das Spiel halt richtig perfekt, ne? Es lief von Anfang bis Ende Bombe Oh, verficktes Teil Johnny Hilf mir mal kurz Hab gehört Du redest nicht mehr mit mir Weiß nicht Ich schein doch grad mit dir zu reden Und, was ist jetzt? Jetzt kannst du dich ins Knie ficken Hala, was ist mit? Boah... Die hat aber Glück, ne? Oh, Mann, ey Du bist schon... Manche Charaktere sind schon übertrieben krass hier Okay, das weiß ich nicht mehr drinnen von mir Aber... Die ist behindert Alles senkrecht, Engels? Da drin läuft gerade ein privates Treffen Will Stroke auch da drin? Ja, aber... Ja, ja, privates Treffen Wird super unaufdringlich unauffällig sein, versprochen Gott, wie ich diese Dreckstadt hasse Johnny Kenn dich nicht Kein Problem Solange alle anderen wissen, wer Johnny Silverhand ist Braucht deine Hilfe Wir warten auf einen Kunden Einer, der auf Diskretion Wert legt Hätte auch einen Job anzubieten Gamescom? Es dringt Aber ich zahl gut wie viel Ich weiß nicht, vielleicht... Halt dich da raus Dann werde ich doch nächstes Jahr mal... Hier noch die Gamescom Du raffst es nicht Er ist nicht wegen dem Job hier Er will mich bescheißen Beim letzten Mal Letztes Jahr war sowieso viel Müll, ne? Verlangen die Kohle einfach im Vorhang Future Gameshow Also Wie viel, Rockstar? Das Doppelte eurer üblichen Rate Dreifache Und du kommst mit Denn wenn sie dir nicht traut Und ich's auch nicht Schätze, ich mach mit anderen Geschäfte Warte mal Dringend Allerdings Johnny Hast du nicht geschnallt, dass man dich beschattet? Mr. Silverhand Sie werden uns begleiten Klar Lass mich noch austrinken Oh shit Jetzt geht's ab, oder was? Oh, die Waffe ist so geil, ne? Und wie soll... Das ist so himmlisch Oh ja Ich halte mein Maul lieber Der ist richtig, richtig geil Was geht hier ab, überhaut? Was geht hier ab, überhaut? Das kommt halt auch im Oktober, ne? Das ist halt ein Riesenproblem für mich Wenn ich ehrlich bin Ich würde schon gerne spielen, ne? Hosa Motorsport Den achten Hallo, du Crackhead Was mit dir? Komm doch, Mann Schau mal, der buckt, oder? Oh Oder warum kommt... Der kommt einfach nicht mit Ja, der kommt nicht mit Der buckt fest Ja, das ist schon... Hallo, Mann, du Idiot Ach Mann, ey Ey, das nervt mich Oder ist da noch jemand? Du Idiot Hallo, Idiot Hat man die jetzt hingeschissen? Dann Ich war im nächsten Abschnitt und ich war schon im Aufzug. Der läuft einfach nicht mit. Der ist einfach nicht mitgelaufen, der Idiot. Ja, jetzt, guck, jetzt sind beide da. Schau. Und so müsste es normalerweise sein. Genauso. Und dann geht's... Genau. Es regt mich auf. Halligoschen, Mann. Wie alt ist denn das Spiel schon? Gefühlt 30 Jahre und immer noch verbuggt. Krass einfach, oder? So was kann ich nicht nachvollziehen auf jeden Fall, ne? Nehmt ihn in die Zange! Ja! Ja! Ich zeige ihn! Ja! Ja! Was ist mit dir ein Crackhead, Mann? Geil! Das ist ein alter Porsche, ne? Ey, ihr müsst euch mal vorstellen, das... Die hatten ja eine Kooperation mit Porsche und Porsche hat ja damals Werbung gemacht für Cyberpunk, ja? Wir haben so viel Werbung gemacht für Cyberpunk. Und was ist rausgekommen beim Release? Nothing! Hm, gar nicht so über... Nicht Cyberpunk, sondern Cyberbug. Und jetzt? Wir müssen die loswerden! Nächster rechts, los! Ja... Ich hab's zum Glück nicht am Release gespielt. Eingebrochen... Ja, die haben sich übernommen. Ich weiß nicht, wie ich's anders sagen soll. Ja... Wen holen wir aus den Fängen von Arazaka? Alt Cunningham. Netrunner von ITS. Hm. Verstehe. Der Tower. Haben Sie sicher dorthin gebracht. Wird ja immer besser. Wie wollt ihr das aufziehen? Hat einer von euch Vollpfosten einen Plan? Jep. Wir lenken sie ab mit einer Menge Lärm. Wir machen das direkt vor Arazakas Nase und drehen so laut auf, dass denn die Scheiben rausfliegen. Ein Gig für die Geschichtsbücher. Hm. Genau, das wollte ich gerade sagen. Und Sie sind sich alle einig, dass vor Ort ein Psychoaktivum freigesetzt wurde, um den Aufruhr zu stoppen. Oh. Alles klar. Ich find die Hintergrundmusik so geil hier, ne? Du nimmst die ganze Sache auf? Hm. Warum? Willst du jemanden daheim grüßen? Tu, was du tun musst. Aber komm mir bloß nicht in die Quere. Hm. Hm. Thompson, kennst du ihn gut? Nein. Warum fragst du? Ich mag den Typen nicht. Ich trau ihm nicht. Ja, das stimmt. Außerdem bring Reporter Pech. Was? Pech. Was, wenn jemand ne Aufzeichnung findet? Von uns. Wie wir in den Arazaka Tower einbrechen. Ja, sorg dich drum, falls wir es rausschaffen. Wir haben nicht viel Zeit. Mainframe. Wir müssen den Mainframe zu übernicken. Und jetzt konzentrieren. Ja, geil, oder? Scheiße. Abgeschlossen. Was jetzt? Moment. Ich kümmere mich drauf. Geht mir weg. Oh, zum Zornrat. Kassung. Was geht jetzt hier? Oh, das geht jetzt hier? Weitere. Macht euch bereit. So. 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 Scheiße, Mann! Ah! Jetzt komm ich! Ah! 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 Wir richten die Depp! Ah! 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 Oh! Ah! 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 Fussballtraining, ey. Als Fussballtraining? Fussballtraining? Was bist du? Trainer? Sag einfach ja. Okay, gut. Bist Trainer, gut. Wann hast du das rausgefunden? Als sie mich kontaktierte. Ein bisschen später. Und? Was hat sie gesagt? Dass sie im Arasaka-Subnet... Ich habe auch mal Fussball gespielt. Ein paar Jahre. Und dass ich nicht nach ihr suchen soll. Ja, okay, ne? Und? Was hast du getan? Ich habe mir zwei thermonukleare Sprengsätze besorgt. Und bis dann zurück zum Arasaka-Tower. Und in meiner Freizeit habe ich gerne Torwart gespielt. Ne? Die Voodoo-Boys meinen zu wissen, wo sie ist. Hinter der Blackwall. Schon geil, ne? Torwart ist schon geil, muss ich sagen. Zu viel für unseren kleinen Profi. Was spielst du für eine Position? Einen Moment. Du hast zwei Arasaka-Tower. Und? War nicht deins? Hat es geklappt? Fertig. Das Fragment von Zebrahemd-Egramm ist kopiert. Ich hätte mein Tiefers... Dingswillig fällt. Erst müssen wir tiefer eintauchen. Ich habe es auch nur während meiner freien Zeit gespielt damals. Wenn ich auf dem Bolzplatz war oder so. Dings Tor aber so. Da war ich auch im Mittelfeld unterwegs. Wir waren hier auf der anderen Seite. Und keiner kehrte zurück. Oh Mann, ey. Ich werde die Erste sein. Da musste ich lachen. Hat mein Teil getan. Jetzt bist du dran. Bevor du auf die andere Seite gehst, will ich Johnnys Psyche loswerden. Wir bleiben hier. Du bringst den Code auf die andere Seite. Schätze, mir bleibt nichts anderes übrig. Ah, nee. Brigitte. Die Black Wall. Also, wie komme ich auf die andere Seite? Echt? Du bist 81 mit zwölf Jahren. Boah, dann geh du ins Tor. Oder werd Stürmer. Da bist du denn allen total überlegen. Ich hatte damals in der Schulklasse. Boah, welche Klasse war das? Ähm. Sechste. Sechste Klasse hatten wir auch ein. Justin hieß er. Der war auch voll riesig für sein Alter. Aber der ist... Jetzt mittlerweile bin ich genauso groß wie er. Ja, okay. Einen halben Kopf kleiner vielleicht. Aber der ist irgendwann mal gar nicht mehr gewachsen. Der hat krass Fußball gespielt damals. Richtig krass. Wie? Lass mich das einfach reden. Der hat richtig krass Fußball gespielt damals. Du bist für mich durch die Black Wall gekommen. Herr Justin. Das heißt, alles ist okay zwischen uns? Ich habe deinen Engram-Code erkannt. Aber ich weiß nicht, warum du hier bist. Damit du dich für den Arasaka Tower revanchieren kannst. Wie? Das ist Alt. Der beste Netrunner, den es je in Night City gab. Alt? Das ist V. Du musst ihm das Leben retten. Dieser Chip, der Relic, bringt mich um. Das Konstrukt gräbt sich durch mein neurales System. Das sehe ich. Aber warum ist das mein Problem? Scheiße, natürlich ist es das. Du hast Soul-Killer erschaffen. Du hast Arasaka eine Superwaffe gegeben, die mich, dich und die Hälfte der Runner in Night City zerlegt hat. Deinen Tod hast du selbst zu verschulden. Scheiße. Alt, ich bin nach dir reingesprungen. Ist das auch nicht dein Problem? Nein. Die Alt-Cunningham, die du im Arasaka Tower retten wolltest, existiert nicht mehr. Das hätte dir klar werden sollen, als du ihren Tod verursacht hast. Okay. Du kannst Johnny nicht ausstehen. Aber was ist mit mir? Ich kann dir nicht helfen. Können oder wollen? Können. Um das zu versuchen, bräuchte ich fortgeschrittenerer Technologien. Interessant. Brigitte hat behauptet, sie könnte mir helfen. Die Voodoo Boys haben dich angelogen. Warum überrascht mich das nicht? Okay. Wie wär's mit Mikoshi? Fortgeschritten genug für dich? Wenn ich Zugang zu Mikoshi hätte, würde es nicht mehr existieren. Gut. Das ist ein Anfang. Wir verschaffen dir Zugang zu Mikoshi. Und du hilfst wie? Deal? Was genau kannst du für mich tun? Bisher hat man mir gesagt, dass es schon zu spät ist. Mann soll heißen Hellmann? Saburus persönlicher Arschlecker? Mit dem Soulkiller in Mikoshi werde ich ein Konstrukt von dir erschaffen. Und dann dein Neuralnetzwerk von Johnnys lösen. Dann setze ich den Engram wie denn den Körper. Johnny Silverhand. Okay, also haben wir einen Plan. Aber wie erreicht ihr Mikoshi? Lauter Johns überall, ne? Das waren Kinder des Nets. Das war dein Problem. Wir bauen auf den menschlichen Faktor. Wir schmuggeln dich klammheimlich nach Mikoshi. Nun, sind wir uns einig? Ja. Finde einen Weg nach Mikoshi. Ich bereite ein Programm vor, mit dem du das Lokalnet navigieren kannst. Wie kontaktiere ich dich, wenn ich bereit bin? Dies ist eine BDs-Wasser, über die wir sicher kommunizieren können. Wie schnell ich damit fertig werde. Die Voodoo Boys. Was ist mit denen? Wir werden euch ungehindert passieren lassen. Es kommt drauf an. Es kommt drauf an. Du hast also überlebt. Ich muss erst mal gucken, wo die Games sind. Entweder das hier oder oder das hier. Wenn ich länger mit Cyberpunk brauche, dann wird's Resident Evil 3. Wä? Du magst es mir etwas zu sagen? Äh, sorry. Resident Evil 3 Remake. Ganz wichtig. Weil Resident Evil 3 Nemesis ist ja richtig geil, ne? Wenn's nicht so lange dauert. Dann ist es für die Final Fantasy. 7 Remake. Ich hab noch eine Rechnung mit dir offen. Cyberpunk ist fresh. Das reicht. Eid kann dich in ihrem Reich beschützen, aber nicht. Ich muss meine Fantasy. Das kommt drauf an, Teddy. Das kommt drauf an. Das kommt drauf an. So. Einen Moment. Na, ich werde mich natürlich für Dialogoption Nummer 2 entscheiden. Denn ich möchte ballern. Und die sind sowieso hinterhältig. Na, die ganze Bande hier. Da. Da. Die ist auf. Nicht. Genau. Oh, mir reicht's jetzt mit dir, ey. Ich brauche ihre Hilfe nicht für euch. Fuck off, Mann! Mann! Das ist krass, Mann! Das ist krass, Mann! Es dürfen keine Zeugen am Leben sein. Ihr habt gesehen, wie ich aussehe. Erstmal plündern. Ganz wichtig. ich habe wir auch der dritten schau mal was für die eddie französisch john ja hallo servus das weiß nicht französisch was ich gesprungen haben warum sterben die denn nicht hallo fuck ja ich hab aus dem halben meter daneben geschossen es hat keiner gesehen von euch ich habe in dem moment einen stickdrift ach fuck ich muss meinen anderen controller noch einschicken zum reparieren fällt mir gerade noch einen ich hab naja kaputt geschlagen das mach ich nicht mehr Hauptpysyl kostet sogar bei Gamestop ich hab mein Hauptpysuit von Gamestop bekommen für neu für 14 Euro aber das hat auch einen Grund Französisch und zwar hat der Gamestop bei uns zugemacht und die haben diese Rabattaktion angeboten ne und dann nochmal Rabatte drauf und nochmal Rabatte und ich bin irgendwann mal in der vorletzten Woche hin bevor die zugemacht haben und hab das Spiel noch gekriegt ich hab an dem Tag glaube ich 5 oder 6 Spiele gekauft jetzt reicht's mir da kannst du nichts mehr machen ich habe Hunger ich glaube wir müssen das anders regeln oder komm her ich hab jetzt mal ne Spritze das wird doch nichts was was man du Junkie 3 Spiele hast du fuck mir bleibt nichts anderes übrig ich ich jen 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 jagen aber die musik ist auch nicht schlecht kann man schon lassen mafia definitiv wird hier schon heat ist auch fresh mafia das remake habe ich noch nicht gespielt habe ich aber auch hier werde ich aber noch irgendwann mal spielen definitiv ganz sicher der eremit also uncharted lost legacy war mir hat es richtig gut gefallen ich habe es an timbray erinnert und einen moment was will er schwanger bin ich wohl kaum das war so ein bastard genau ich weiß es nicht was ich sagen würde ich habe es vergessen schön langsam ist nicht mein stil es ist der chip und arasaka das war die pumpe wurde ich aus nicht dass du mitten im job abklappst blablabla aber es ist ein kampf vom bahnhof letzte kapitel oder verwandelst dich echt in mich kapitel 9 kapitel 9 ja könnte hinkommen ja toll ist anders die 8 du bist manipulativ okay dann ist es 8 wollte ich auch erst sagen aber ich weiß nicht was was los war ich glaube wir kommen schon klar wenn es sein muss solltest anfangen mir mehr zu vertrauen es ist geil ich schluss komm auf geht's du kannst echt charmant sein wenn du dich ein bisschen anstrengst aber du hast auch in downtown ohne reue und ohne rücksicht auf verlust in der atombombe hochgejagt ich warf michoschi aus wollte es zerstören habe saka genug zeit zum evakuieren gegeben du wusstest dass viele sterben würden mach dir nichts vor du bist auch ein killer fakt geht's dir um das ausmaß ich war heute nicht zu lang ich muss morgen habe ich mal letzten arbeitstag in der woche keine ahnung wohin ich gehe morgens der legende das wollte ich werden abends bin ich bei meinem haus wie erkennst du deinen wahren wert danach komme ich wieder ich bin aber 28 uhr werken aber weil ich ja im Kader nicht arbeiten muss dann bin ich länger online morgen okay los zurück an die arbeit dann los für den raketenwerfer ach so dann musst du dich so töten Nathan ich würde erstmal ich kann nicht sagen erstmal würde ich ein paar killen so viele bis fast keine mehr da sind und dann würde ich die kisten öffnen na können gurken nicht heiraten ich weiß nicht ich würde mal die gurke fragen ist eine gurke hier anwesend ich habe neun punkte ok du entweder du machst es leise und markierst sie vorher dann weißt du wer wo ist oder du rennst einfach rein und killst alle also ich habe das zweite gemacht ich bin einfach rein gerannt habe alle getötet und das war's dann und dann funktioniert es auch glauben ja älterling 2 echt es ist jetzt offiziell oder weil mir tut es leid irgendwie dass ich meine meine hülle von eldenring 2 kaputt gemacht äh vom eldenring kaputt gemacht hab ironfinkzone ok schon hat er äh andere news schon ist der aktueller oder verfickte crackbitches auch 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 DRECKSACK Schieß den auf den Kopf, dann sterben die. Glaub mir. Überleg ein bisschen, wie du es besser machen kannst, dann funktioniert es auch. Elden Ring 2. Ich habe gehört, der vierte kommt raus nächste Woche. Elden Ring 4. Und da kommen dann 80 Endbosse hintereinander. Na? Und dann kommt Elden Beast sein Vater. Ja. Das kann ich euch sagen. Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall. Genau. So. Bloodborne 3, ja. Den, den zweiten gibt es ja zu kaufen, aber nur für bestimmte Leute. Ja. Ja. Ja, Mafia ist geil. Ich kenn's ja. Ich kenn's ja. Machen wir ihn. Drei Shooter Treffer. Ja, Elden Ring 4, genau. Ja. Verletzt! Genau, bei Wish gibt's Bloodborne 2, ja. Na, auf dem, auf dem N64. Gibt's das auch? Oh. Oh. Aber was hat er für ne Waffe? Habe ich das gesehen? Oh. 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 Ja, habt ihr das gesehen? Das ist meine Schuld. Ich zögere. Ich muss gleich reinrühren, gleich alle wegballern. So, wir üben das nochmal. Oder ich warte, bis sie herkommen. Die waren doch vorhin auch so blöd, oder? Ich warte hier einfach. Die kommen bestimmt. Ich wette mit euch. Ja, für PS7, ja, ist auch schon eine Entwicklung. Na? Und dann kommt GTA 8. So, diesmal zögere ich nicht. Motherfucker. Jetzt nicht. Servus, wie es geht. Mich nervt es irgendwie. Warum sterben die nicht, wenn ich auf die schieße? Also, die fallen um. Die sind bewusstlos, aber das war es dann wieder. Was ist hier los? Habe ich irgendwie eine bessere Waffe? Bei mir geht auch nichts. Da war es nur eine Station 8. Echt? Heißt es so im Spiel? Oh, shit. Jetzt gibt es wieder Fashion. Cyber Fashion. Und da ist jetzt... ... ... ... ... Red Dead Redemption 3 Ich sollte erstmal den zweiten Teil mit CCFPS für die Konsolen ausstatten. Das wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich bin Castation 9. Oh Mann. Da habe ich so ein Video auf dem Handy. Lass mich nicht warten. Ich verfär die PS5 hoch und anstatt Playstation 5 besteht da Gays Station 5. Hey, da ist noch was? Ach fuck, ich habe das nicht fertig gemacht oder was? Ich habe eine Fickbox 720. Ach klar macht es Spaß, auf jeden Fall. Ist auch nicht verkehrt auf jeden Fall. Ich bezahle nicht, ich muss sowieso da hin, ne? Ich komme da nicht drum herum. Ich merke schon. Ich bin Film. ich habe es irgendwie so eine befürchtung ich glaube ich habe schon was verpasst bei mir ist alles beim alten aber hey wie geht's dir was gibt's neues bei den mocks so sie geht mir mächtig auf die tippen ich möchte noch was anderes ansprechen auch geil so jetzt komme ich wieder und ja doch ja Doch. Ach man, ich krieg jetzt irgendwie grab. Nehme mir das schon Flinde. Das nervt mich grad. Dein Ernst? Oha. Das soll vielleicht mal... Hä? Hab ich das jetzt hier fertig oder nicht? Nein, hab ich eben nicht. Hier drüben, wir sind gefickt! Hab ich gesagt, gefickt? Echt mal... So, jetzt aber... Die Passanten als Rampe, ja? Auf jeden Fall nicht schlecht. Aber ich bin trotzdem gestorben. Wie? Die Informationen von Okada waren sehr wertvoll. Und ich habe auch etwas in Erfahrung gebracht. Wir müssen uns treffen. Wo diesmal? Müllverbrennungsanlage? Verlassene Enkart-Station? Im Süden von Japan Town. Da gibt es einen Straßenmarkt. Auf einer Blicke über der Hauptstraße. Unter dem Fahrstuhl. Dafür läuft man sich leicht. Ich bin schon unterwegs. Lass mich nicht warten. Ähm... Ich mach das jetzt. Stopp! Bevor er jetzt wieder was macht, ne? Speichern. Ja. So. 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 Die kommen, ne? Ja. Ja. Die kommen auch gleich bestimmt. Oder er. Fuck you ey So, da geht's Ich komme da jetzt hoch, küsse er irgendwie Oh man Hm Hey Es gab scheinbar ein Blutbad in einem Obdachlosen Lager Ohohohohoho Wahrscheinlich war das ein Cyberpsycho Hey, heu nicht Heu nicht Das war keine Absicht Ihr habt es gesehen, er ist mir in meine Faust reingelaufen. Sorry, ich lass ihn auch am Leben, das war echt nicht. Kann ich ihn aufheben? Komm ich helfe dir. Was ist das? Er ist mir wirklich in die Faust reingelaufen. Ah, stopp. Nein, 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 ich kann noch einmal Start und Dreieck drücken. Genau. Das ist schon gar schon Flügel, oder? Ach, geil. Lieschen, Splitter wieder, Panim ruft an. Oh ja, Baby! Oh ja, Baby, ich bin sofort für dich am Start. Sag mir wann und wo. Sag mir einfach wann und wo. Du ahnst ja nicht, wie schön es ist, das zu hören. Komm zum Alde Kaldus Lacker. Ich erklär's dir dort. Die Alde Kaldus? Ich dachte, ihr kennt euch nicht mehr. Ist ne lange Geschichte. Beeil dich einfach, ich bin schon da. Hey, das ist doch ein Lied von Underground 2, oder? Brighter Sonne Zone. Oder täusche ich mich da gerade? Nein, ich täusche mich nicht. Was wollte ich jetzt machen? Was wollte ich jetzt machen? Ich weiß es nicht mehr. Fuck ey, wie weit muss ich da fahren? Boah, vier Kilometer, das geht nicht. Ich ruf sie an. Ich sag, ich will Kilometer Geld. Aber ich fahr, ich fahr da hin, weil dann kann ich noch ein paar Sachen machen. Muss sowieso überall hinfahren. Ein kleines Häufchen. Die kleine Panem. Ich will mal wieder Auto fahren. Ich fahr die ganze Zeit nur mit Motorrad. Ah, es ist geil. Hat ein bisschen was von GTA. Nee, damit fahr ich nicht. Dann lauf ich lieber. Ach, scheiß drauf. Die Junkie Kiste nehm ich. Gepär. Ich bräuchte die Mission für Judy, bräuchte ich mal. Ich hab schon gesehen. Genau deswegen will ich hier rumfahren. So, die kommen wieder, ne? Oder? Sag mal, ja? Ja, genau. Komm, der. So, gleich plündern. Genau, ich zählte er, ne? Shit, wie viel die abziehen, ey. Was ist denn los, ey? Was ist denn los, ey? Immer ist irgendwas, das gibt's nicht. Wie schnell ich... Wie schnell ich... Wie schnell ich schon wieder sterbe. Ich hätte doch bei einem Sturmgewehr bleiben sollen. Aber es ist irgendwie... Passt es dann von den Fähigkeiten nicht. Mann, fuck ey! Oh, ich brauch doch. Geht nicht anders. Geht nicht anders. hä wo war das jetzt es war doch hier oder ne da vorne war das was erzähle ich hier war es so ja was siehst du dir an genau so muss es sein alle nach dem anderen herkommen bitte ich glaube es war von hinten so wie jetzt wo ist mein bike was sagt die uhr überhaupt schon halb zehn krass ich glaube ich werde noch bis zehn ich habe morgen langen tag von mir ich habe eine stunde länger schlafen mit kann er keine wheelie machen was denn mit dem mongo aber scannen kann er ach komm macht keinen sinn ich spring gleich runter geil ne jetzt mal nicht jetzt komme ich rein bombardiere ich gleich so das war es schon jetzt ja klar baby du bist eine trophäe ich komm ich komme baby ich habe auf den anruf gewartet die ganze zeit ich bin sofort da fuck wo fahre ich lange egal für sie fahre ich auch einen umweg aber ich mache sogar für sie schnell reise wo ist es für judy judy baby okay genau das darf ich nicht verpassen weil sie haut ja irgendwann mal aus der stadt ab wenn ich den anruf nicht annehme und sie ignoriere verlässt sie die stadt und dann habe ich die trophäe verpasst dann müsste ich wieder ein neues spiel anfangen so ne scheiße einfach ne dass ich ne porno guck echt warum denkt deine mutter sowas ach so ich muss klingeln okay okay oh fuck klein den arsch und ihr fällt nichts anderes ein als sich zum dank umzubringen ich war nur eine stunde weg wir müssen irgendwas machen ich will keinen ärger nein ich rufe die bullen nein kannst du sie zum bett tragen als würde das noch irgendwas ändern natürlich mache ich das wenn ich die quest dann fertig habe gibt es eine trophäe ich sag jetzt einfach zu allem ja und amen und dann soll es passen nördzeit jackson street nein keine unmittelbare gefahr ein selbstmord krass die würden erst morgen kommen und sie abholen ist das kaputt hey hey silverhand super ist mir scheißegal was ihr mir anhängt sie sind gleich hier meint nicht soll sie bis morgen auf Eis legen nicht zu fassen oder alles in allem warst du sogar freundlich zu denen ich an deiner stelle hätte denen richtig eins aufs ohr gegeben ich will ihr was anziehen damit sie mehr wie ein mensch als eine leiche aussieht die ist doch angezogen oder sehe ich das falsch ich soll draußen warten okay mach die Tür zu wie bitte ich mach zu baby das ist eine kippe das ist eine kippe was mache ich soll ich eine geben komm ich geb ihr eine okay wenn sie eine will geb ich ihr eine egal sehr genau nimm das war ihr kippen willst du es behalten nein du magst es also behalte es ist bei dir in guten händen glaube ich der silverhand der steht da hinten und pafft eine nach der anderen scheiße Evelyn ich hab sie im Stich gelassen ich dachte sie braucht Freiraum bis sie wieder klarkommt bleib stark judy lass dich davon nicht runterziehen weißt du lass uns jetzt lieber gar nichts sagen okay ihr zustand ich konnte an nichts anderes denken aber der Puppenschip funktional und unbeschädigt es muss also psychologisches trauma gewesen sein ich habe in ihren Virtus nachgesehen und Woodman gefunden sie war bei ihm er hat Dinge mit ihr gemacht die dann wurde sie ihm langweilig und er hat sie verkauft ich habe Woodman umgelegt woop man ist einfach passiert aber jetzt bin ich froh ich auch kaum vorstellbar aber das ändert nichts es gibt noch so viele wie den irgendwas muss ich doch tun können zum Beispiel weiß ich noch nicht ich glaube ich rufe Susan danke wie ich wäre jetzt gerne allein wir bleiben in Kontakt ja na klar wenn irgendwas ist muss ich ja ne ruf mich an okay wenn es keine Trophäe geben wird dann würde ich die andere Trophäe ignorieren sehr einfühlsam oder ich denke schon so perfekt trifft sich mit Takamura das heißt ein Moment ein Moment ein Moment ein Moment ein Moment ich habe hier noch einen Splitter genau das ist jetzt fertig trifft sich mit Partner komm das mache ich auch gleich wie weit ist es weg 4,8 Kilometer das ist nicht so ein ganzes Stück das ist nicht so ein ganzes Stück ich fahre jetzt erst mal zum dritten der der die zu regina jones nein wo ist denn der wo ist denn victor überhaupt wo ist victor ach filter mission service point mach alles am besten dynamisch kann ich irgendwie alles anwählen oder geht es schon wieder hier nicht ja ich bin sogar in der nähe auch schilder schild und jetzt sein wie geht es allein ich komme gleich perfekt hey cabron was zielst du mit der waffe auf mich ja wasser da alles auch hier Oh, wer ist das? Okay, komm, ich will eigentlich hier hin, ich habe keine Zeit für deinen Scheiß. Zehn Intelligenz brauche ich, dein Ernst, really, Betriebssystem, krass, jetzt koste einfach mal 10.000. Ich brauche auf jeden Fall was anderes. Nervensystem. So, jetzt kommt meine Katze, schleimt jetzt. Was willst du was von mir? Die will was, so, Skelett, Gesundheit um 40%, ich habe ja gar nichts, schau mal, ich spiele die ganze Zeit ohne irgendwelche Sachen, 40% gleich. Klar, man, da sind ja nur 800. Arme, zeig mal her. Gorilla-Arme. Ah, der Monodraht, Raketenabschlager, ich glaube, ich nehme das mal. Ja, 12.000, das kannst du behalten, den Scheiß. Wie sehe ich denn aus? Beine, 30.000, wie kann ich hier nicht ausrauben oder so geht es nicht? 4.000, gegen Blutöl. So, ich denke mal, das wird, welches war das jetzt, das hier, Nervensystem? Boah, 4.000? Egal. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Idiot man, 4.000, du Halsabschneider. Ich würde ja am liebsten in den Kopf schießen. Boah, wie viel ich jetzt tragen kann? Nicht schlecht, so, da muss ich hin. Nee, der da, der da. Egal, ich trage das, es macht mich besser. Wie es aussieht, ist dann, ist wirklich wurscht. Oh je. Alles hat seine Grenzen. Alles hat seine Grenzen. Oh, ich habe noch ein Cyberdeck. So, dann muss ich noch mal das hier. So, die 4.000 habe ich gleich wieder. Ich nehme den Short. Weiß jemand, welche Farbe dem Silverhands seine Klamotten haben? Die sind dann wahrscheinlich legendär in gelb, oder? Boah, ist das nervfähig, einfach. Wie, ich habe alles ausgerüstet hier, oder was? Pantagen. Hau ab, nerv mich nicht damit. Raus, raus, alles. Kann ich sowieso nicht tragen. So, das passt jetzt. So, dann brauche ich noch ein Schnellreise. Da ist der Markt, das Geschenk. Okay. Danke. Wie? Mal es kommen, Lied. Muss ich jetzt genau aufpassen? Da? Okay, muss nicht aufgehen. Zu klein, Patrouille raus und jetzt verschwunden. Sicher, dass es die Raifs waren? Wir überwachen ihr Lager. Wir wissen, dass sie Gefangene haben, darunter auch jemand Wichtigen. Wir müssen Saul befreien. Weiß nicht wieso, aber ich wusste, ich kann auf dich zählen. Ich könnte euch helfen. Ich höre ein Aberkomm. Kostet dich was? Dachte ich mir. Bei euch Söldnern ist nie irgendwas gratis. Na schön, ich geb dir eins der besten Gewehre der ganzen Westküste. Eine Tektroniker Grat. Du hast sie schon in Aktion erlebt. Gerade dir. Mit schönen Größen der Kaldus. Hört sich schick an. Wenn du sie in der Hand hältst, wird aus schick ganz schnell arschgeil. Und jetzt komm mit, Mitch erklärt dir die Details. Ich werde nicht mehr. Panam und wie, was ist denn da los? Ist ja ruhig. Wer? Lässt dich hier blicken nach der Sache mit Scorpion? Wegen Saul wahrscheinlich. Ignorier das. Ey, Panam. Ernsthaft? Du willst das echt durchziehen? Irgendwer muss es tun. Du weißt, dass das durchgeknallt ist, oder? Irgendwer muss es tun. Wo steckt Mitch? Er sollte mich hier treffen. Er müsste gleich hier sein. Du hast nichts von Hilfe von außen gesagt. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Gibt's ein Problem? Läuft so scheiße bei uns, dass wir Hilfe von draußen anheuern müssen. Deshalb ziehen wir das Ganze durch. Ein offener Angriff wäre so. Anstatt sich irgendwas ausdenken, stehen sie da und rauchen wie die Junkies. Im Siegrotz dumm in den Motorraum rein. Wundert mich nicht, dass da nichts passiert bei denen, ne? Still und leise. Zwei reichen da aus. Nicht, dass ich was dagegen hätte, den Raffen 1 reinzuwirken. Es ist nur... Sieh dich um! Die letzten Angriffe haben die Hälfte von uns ausgeschaltet. Unsere Vorräte hängen irgendwo bei Reno fest. Und die Ausrüstung... Ist ratz! Wir stecken bis zum Hals in der Scheiße. Wer weiß, ob wir uns da je wieder allein rausziehen können. Also tun wir, was Saul von uns erwarten würde. Euer Anführer wird geschnappt und ihr hofft auf das Beste? Ich denk lieber nicht darüber nach, was ihr für die Schwachen unter euch tun würdet. Du hast echt Nerven. Lass ihn, Carol. Er kann es nicht verstehen. Mitch ist da. Ich hab ne Drohne zum Wraith-Lager geschickt. Willst das dir ansehen? Oder lieber noch weiter rumnörgeln? Wird auch gleich ausmachen. Wird auch gleich ausmachen. Die sind wie Heuschrecken. Schwärmen irgendwo ein. Fressen alles kahl und gehen wieder. Aber diesmal... Siehst du die Wand? Die haben primitive Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Ich glaub noch den Dialog. Macht Mosch nicht da aus. Die Frage ist nur, warum? Ich wette, einer der Gründe ist Saul. Wenn ihr noch da ist. Wir müssen da rein. Der Wachposten dort ist bestimmt mit dem Rest des Lagers verbunden. Dort gehen wir rein? Vielleicht. Aber es gibt auch Lücken in der Mauer und schlecht bewachte Bereiche. Siehst du die Spuren? Ich habe mich alle in den你看. 3 Spuren führen zum Laster. Kannst du ihn scannen? So was nerviges jetzt zum Ende. Da hab ich eigentlich nicht viel Bock drauf. Im Heuhaufen? Wenn sie noch nicht alles aus den Wänden gerissen haben, könntest du das lokale Kameranetz hacken. Du musst nur den Kontrollraum finden. Die Brücke verbindet die Garage mit dem Hauptgebäude. Okay, damit können wir arbeiten. Alles klar soweit? Ja. Komm, ich will. Ich will mich chippen lassen. Sauber mit. Naja. Egal, das wird reichen müssen. Du kommst wieder, oder? Du kommst wieder, oder? Ja. Ich hab, mir ist das komplett entgangen alles hier. Ich muss dir ziemlich improvisieren. So ein bisschen schon, ne? So. So. Was ist hier? Okay, ich wache. Okay. Und mal kurz. Kommt jetzt her dem Liks? Na? Oh, krass. Ich hab. Schatz. Ich hab. Wache. Zwisch. Das ist. Tagen 8 Ja, ja, Ultimate Edition für 120 Ihr Behindies Verreckt an dem Geld, Mann Was ist alles klar noch bei denen? Was ist los hier? Versteht es einfach nicht Es ist total hängen geblieben einfach Total hängen geblieben Richtiger Abschaum einfach Ich würde es am liebsten blocken jetzt, sofort Für ein Kampfspiel Ultimate Edition Ultimate 120 für was? Ja, 1 Pass 4 zusätzliche Spielbare Charaktere Avatar Skin Kinjin Gold Super Kid Classic Tagen T-Shirt 32 Seins Und fuck you ey Das ist so ein Scheißdreck ey Das kaufe ich mir nie im Leben Vorher sterbe ich lieber Boah, ist das krass Schaut euch mal die gammelige Grafik an Mein Name ist John Marston My name ist John Marston I'm here to bring two men to justice Der Williamson Javier Asquale ich weiß, der ist schon geil, ne? 120 Euro, ey, es ist... Krass einfach, ey. Free to play Sims ist kostenlos? Echt jetzt? World of Tanks? Schon geil. Was war, was, was denn? Taggen? Ach, Red Dead auf jeden Fall. Ganz, ganz sicher. Krass, ey. 120 Euro, ey. So ein Scheiß, der Griech. Und es sind alles nur... Das ist Kosmetik-Sachen, ne? Schau mal, wenn du die zwei Season Pass holst, ne? Guck mal, der kostet Season Pass 1, ne? 35. 35. 35. 35. Season Pass. Ja, zwei kostet 30 Euro. Das sind 65 Euro für Season Pass. Nur für DLC-Inhalte. Für ein Spiel, ne? Wo du, wenn du mit einer MP schießt, richtige Probleme hast. Das Spiel an sich war ja nicht ganz so verkehrt, ne? Das will ich ja jetzt nicht sagen. Aber, ey, 34 Euro ist... Das ist heftig, ey. Da, die sind genauso. Ne? Season Pass, Jahr 1, ne? Kostet halt einfach mal 50 Euro normalerweise, ne? Das ist einfach krass. Das ist einfach krass. 2, ne? So, ich hab ab. ich wünsche einen schönen abend lang fürs zuschauen gute nacht macht's gut bis morgen abend macht's gut servus 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 servus